So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wir sind zurück bei Plants vs. Zombie 2 und wir schauen wieder nach Ägypten. Wir wollen ja unsere Taco. Na, das sieht doch wie die Karte zu meinem Taco aus. Um genauer zu sein, ist es eine Weltkarte, die uns zu neuen Pflanzen führt und uns hilft. Was? Benutzer Dave, es gibt wichtigere Dinge, also. Los, suchen wir nach meinem Taco. Okay, ähm, dann schauen wir uns Level 1-2 an. Ich habe gedacht, wir kriegen jetzt 1-1, das ist eine Kürzung Tutorial, aber naja, was soll's. Dann machen wir Level 1-2 jetzt halt eben. Diese Pflanzen sehen hungrig aus. Wenn du ihnen doch nur etwas geben könntest. Spezialdünger ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Der Grundbestandteil eines jeden guten Frühstücks. Okay, also, dann geben wir- Hei, 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 hei. Nutze ich, um diese Zombies zu erledigen. Okay, machen wir doch einmal. Zerstöre jetzt den Eimer-Zombie. Na, machen wir auch mal. Okay, den haben wir jetzt erledigt Na, kriegen wir den noch Zack Leuchtende Zombies haben Spezialdünger dabei Okay Na, dann hoffen wir, dass wir die jetzt Komm, erledige den Erledigen Das haben wir jetzt den Spezialdünger Mach ich Ob Pflanzendinger wohl auch für andere Pflanzen funktioniert Ja, ich denke schon Ah, wieso habe ich jetzt Hutschen Aber okay Gut, wir probieren mal unser Bestes Ich meine, wir müssen es hier nur so irgendwie schaffen Da ist noch unser einer Okay, komm Da einen hin Den da oben einmal Oh, da kommt unser Spezialdünger schon Soll ich es dafür schon einsetzen? Ne, ich den glaube nicht Komm, setzen wir die hier nochmal einmal hin Zack Oh, da kommt der Eimer Zombie Für den sollten wir es hier einsetzen Ja, hat geklappt Jetzt den hier oben noch Jetzt den hier oben noch Und wenn Pharaoni kommt, dann kriegt der auch nochmal einmal schön einen ab Ah, warte Ah, warte Den noch nicht Oh, da ist wieder Pharaoni Okay Na, wurscht doch wohl nicht Ja, den will ich So, da kommt schon der nächste hier mit Oh, sehr schön Da nochmal Dünger Soll ich da einmal einsetzen? Na, komm Hauen wir einmal drauf Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler Komm, hier noch einmal drüben Eine riesige Welle Dann setzen wir die anderen auch noch hin Letzte Welle Okay, komm Nein Oh, wieso ist der denn jetzt? Okay Da brauchen wir einmal Dünger Nein Komm Ah, dann halt hier auch noch einmal Komm Und wir bekommen eine neue Pflanze Hier, so einen Kohlkopf Und genügend Kohle Ich bin gespannt Kohlkatapult Schleudert Kohlköpfe Über Hindernisse hinweg Auf den Feind Oh, ich weiß noch Das war damals Beim Roof War das ja extrem gut Okay Das war Level Eins Zwo Weißt du was praktisch wäre Wenn man irgendwo mehr Über Pflanzen und Zimbys Lesen könnte Meinst du so etwas wie ein Inter Wie das interaktive Lexikon? Ne, das würde nie funktionieren Ach, da oben ist das Lexikon Okay Ah, und hier können wir das Ganze nochmal halt eben uns schön anschauen Okay Hier haben wir das Ganze drin Gut Dann können wir jetzt direkt dann weitermachen Und die nächste Folge Level 1,3 Neue Mission verfügbar Finden wir dann morgen bei einer neuen Folge Level 1,3 Bis dann, ciao, ciao Bir E